Man kann Stickstoff solar produzieren bzw. die Natur macht das sowieso. Wenn ich jetzt hier diesen Apfel habe, der ist in meinem Garten gewachsen. Wunderbare Ernte und er schmeckt sehr gut, weil ich keinen Stickstoffdünger zugegeben habe. Ich habe eine tolle Ernte auch bei den Kürbissen und der wird aber nicht wachsen, wenn nicht viel Kompost dran wäre. Ja, das ist halt etwas. Wir brauchen Stickstoff, aber halt nicht den wasserlöslichen. Ja, was ist zum Thema Stickstoff alles zu sagen? Also erst mal, es ist ein gigantisches Energiethema, weil die Produktion von Stickstoff, synthetischem Stickstoff unglaublich aufwendig ist. 30 Prozent des Gasbedarfs von Deutschland wurden für die Stickstoffproduktion verwendet und wir haben halt zwischen 1945 ungefähr bis etwa heute eine gigantische Steigerung der Stickstoffproduktion gesehen. Und das ist halt gleichzeitig Energieverbrauch, das ist gleichzeitig aber auch massive Grundwasserbelastung, Gesundheitsgefahren und vieles, vieles mehr. Zugleich ist die Effizienz der Nutzung hier 1960 im Getreideanbau bei 80 Prozent, 2005 im Ackerbau weltweit gesehen bei lächerlichen 17 Prozent. Der Rest geht halt hauptsächlich ins Grundwasser, richtet da grandiose Schäden an oder groteske Schäden. Und wenn jetzt die Wasserwerke den Stickstoff rausholen und das der Agrochemie in Rechnung stellen würden, dann wäre das ein riesiges Verlustgeschäft. Und so ist es nur ein Verlustgeschäft für die Menschen, unseren Staat und auch für die Natur. So und jetzt, was für Folgen hat das noch? Also einmal gigantischer Energieverbrauch, Vergiftung des Grundwassers und es hat aber noch viel weitere Folgen. Wenn man sich jetzt anguckt, was einer der großen Bodenforscher des letzten Jahrhunderts, Prof. Dr. William Albrecht, dazu gesagt hat, dann wird man sehen, wie weitreichend das ist, wie wirklich auch wasserlöslicher Stickstoff eingesetzt als Dünger, ja eigentlich die Menschheit degeneriert und zerstört. Das Zitat, erstmal NPK, Stickstoffphosphor-Kalium, das ist der übliche Handelsdünger, manche sagen Kunstdünger. Das ist der Dünger, den die meisten Bauern oder Landwirte bestellen, wenn sie Stickstoffdünger besorgen. Er ist sehr, sehr teuer geworden, auch durch die deutlich höheren Energiepreise inzwischen. Jetzt das Zitat von Prof. Albrecht, der das nach langer, langer Beobachtung und gründlicher Kenntnis der Zusammenhänge gesagt hat. NPK-Formeln, wie sie von den Landwirtschaftsministerien der Staaten vorgeschrieben und durchgesetzt werden, bedeuten Unterernährung, Befall durch Insekten, Bakterien und Pilze, Unkrautbefall, Ernteverluste bei Trockenheit und allgemeiner Verlust an geistiger Schärfe in der Bevölkerung, was zu degenerativen Stoffwechselkrankheiten und einem frühen Tod führt. Ja, da fällt einem eigentlich nicht mehr viel zu ein, außer dass das durchaus prophetisch das beschreibt, was dann in den folgenden Jahrzehnten passiert ist und immer noch passiert. Und der Verlust der geistigen Schärfe ist jetzt schon so weit vorgedrungen, dass wir Regierungen haben, die offensichtlich ohne Plan nur das machen, wo neue Milliardenmärkte ausgerollt werden, die oft sehr umweltfeindlich auch sind, aber die einfachen Dinge nicht tun, weil dieser Stickstoffdünger gigantischen Energieverbrauch hat und sehr einfach weit runter gefahren werden kann zum Nutzen von allen. Ja, die ganze Situation ist aber nicht so düster, wie man meinen sollte. Wie gesagt, Stickstoff kann sehr einfach solarproduziert werden. Dafür braucht man nur einen gesunden Boden, Sonne und ja, einfach genügend Wasser. Und dann kann, dann können nach Dr. Elen Ingham ungefähr 100.000 Bodenbakterien diese Stickstoff-Synthese. Also für die Landwirtschaft brauchen wir nicht diese riesigen Stickstoff-Fabriken. Und das ist ja die gute Nachricht. Und insofern führt uns das auch dahin zu schauen, was brauchen wir wirklich, damit die Pflanzen richtig gut wachsen. Ja, ich zitiere hier die Arbeit, tolle Arbeit von Dr. David Johnson, New Mexico State University in den USA. Und er hat das sehr, sehr genau untersucht mit vielfältigen Experimenten über die Jahrzehnte. Wenn wir jetzt uns Stickstoff angucken, also das berühmte N hier als Nitrat. Das ist halt die wasserlöslichste Form vom Stickstoff, die üblicherweise gedüngt wird. Auch Ammonium wandelt sich sehr schnell in Nitrat um im Acker. Die roten Balken hier, das sind die Erträge. Also die hohen Erträge sind hier auf der linken Seite. Und wenn wir jetzt gucken, wo ist der Stickstoff an der Stelle? Er ist sehr niedrig. Hohe Stickstoffgehalte korrespondieren mit niedrigen Erträgen. Und das ist kein Zufall, weil Stickstoff stört und zerstört die natürlichen Prozesse im Boden. Und die solare Produktion funktioniert nicht mehr, wenn das Bodenleben mit wasserlöslichem Stickstoff aus dem Lot gebracht wird und einfach die Basisfunktion nicht mehr selber macht. Und dann muss der Bauer halt teuer einkaufen, Stickstoff produziert werden, Transporte von Stickstoff, Lagerung und es werden dicke Rechnungen geschrieben und das Grundwasser wird belastet. Ja, das Ganze jetzt hier ähnlich gilt es für Phosphor. Da hatte ich auch ein Video kürzlich gemacht über dieses Phosphor Paradox, dass man, wenn man viel Phosphor in NPK mit drauf schmeißt, dann die eigenen Phosphor Reserven gar nicht mehr nutzen kann. Also man zerstört das eigene Guthaben und kauft teuer was ein. Und das ist natürlich was, was ja nicht lange Spaß macht und deshalb viele Bauern und Landwirte das jetzt auch anders machen. Nochmal diese Sprachverwirrung. Bauern sind selbstständige Unternehmer, die einen Hof haben. Landwirte, Bauern sind auch fast immer Landwirte, aber Landwirte können auch als Angestellte auf einem Betrieb arbeiten. Die, ja, das, das, das Rätsels Lösung. Wann haben wir hohe Erträge, hat David Johnson sehr schön gezeigt. Hier wieder die hohen Erträge und hier haben wir jetzt einen wunderschönen Zusammenhang mit, ja, dem Verhältnis von Bodenpilzen zu Bodenbakterien. Und das ist halt eine Korrelation, das heißt ein Zusammenhang, wie gut ist der Zusammenhang zwischen dem hohen Verhältnis von Bodenpilzen zu Bodenbakterien und dem Ertrag. Und da sieht man ganz klar, wenn das hoch ist, habe ich hier sehr, sehr hohe Erträge und nicht nur das, sondern da habe ich eine hohe Nährstoffdichte und das, was produziert wird, hat eine sehr, sehr hohe Qualität. Ja, dann ist der Weg ja schon klar, dass die Bodenpilze helfen sehr stark mit. Bodenpilze bekommen ein, oder das Bodenleben generell bekommt etwa die Hälfte bis zwei Drittel der gesamten Photosyntheseleistung. Und dafür geben die Bodenpilze zum Beispiel bei Trockenheit Wasser, wenn Bedarf ist, Molybdän aus der Tiefe. Nur mit Molybdän als Spurenelement kann die Stickstoffproduktion im Boden auch funktionieren. Nitrogenase braucht Molybdän und das ist halt etwas, was halt jetzt bei diesen hohen Pilzanteilen ist. Viele Bakterien, die nehmen den Zucker, sagen nicht mal danke und fressen den einfach weg und die Pflanze geht leer aus und der Ertrag ist dann niedrig. Ja, jetzt können wir noch mal gucken, wie sieht die Situation aus? Wo sind die Böden lebendig? Wo gibt es Böden, die regeneriert werden? Und da haben wir hier einen Überblick über die neueste Forschung. Die ist immer auch schon ein bisschen alt, weil es wird nicht viel geforscht. Also das Wichtigste überhaupt auf der physischen Ebene wird kaum geforscht, weil da die Schlussfolgerungen, die führen dazu, dass große Industriebetriebe ihre Produktionswege und Marketing drastisch überdenken müssen. Und das sollte die Politik eigentlich einfordern. Jetzt kann man hier sehr stark erkennen, dass Europa im Moment auf dem absteigenden Ast ist. Europa zerstört sich selbst durch Bodenzerstörung, auch durch diese irrsinnige Zerstörung der Industrie. Ich finde viele dieser Industrie so nicht gut, aber um umzustellen auf eine ökologische, sozioökologisch gute Industrie, brauchen wir erstmal Industrie noch. Wir können sie nicht einfach alle abwandern lassen, wo die dann vielleicht noch viel schlechter produzieren. Und das passiert aber im Moment im ganz ganz großen Stil, einschließlich der großen Düngerhersteller. Und insofern zum Beispiel Agrochemie umwandeln in regenerative Agrochemie, die dann auch nach diesen ganzen Spurenelementen guckt. Wenn die keinen Stickstoff mehr verkaufen oder nur bei wenigen Kulturen, dann ist das für die eigentlich eine Erleichterung, weil das ist sehr teuer, riesige Mengen, die Marge ist nicht sehr hoch. Wenn man intelligente Beratung auch mitverkauft und die ganzen Spurenelemente, die kosten ganz wenig pro Hektar. Aber da kann man eine anständige Beratung machen, die wirklich den Bauern hilft. Was heute gemacht wird von Agrochemie ist keine Beratung, sondern das ist im Grunde Marketing. Man sagt hier, du musst das kaufen und das kaufen und das kaufen. Und in der Summe werden die Bauern immer ärmer, die Höfe verlieren ihre lebendigen Böden durch diese Irreführung. Und die Irreführung wird seit Jahrzehnten gefördert und teils gefordert von einer irregeleiteten Industrie, die dem Lobbydruck nicht standhält. Diese Lobby arbeitet mit sehr fiesen Methoden, die überhaupt nicht akzeptabel sind. Und ich rufe diese Industrie auf, umzustellen auf regenerative Methoden. Damit kann besser Geld verdient werden. Die Ausgaben können sinken und es kann allen besser gehen. Und ja, dieses können auch Kleinbetriebe sein. Wenn die große Industrie nicht will, dann lässt man sie einfach und macht halt lokale Kleinbetriebe, die dann halt diese Beratung machen über regenerative Agrochemie im Zusammenhang mit regenerativer Landwirtschaft, wo man dann auch Beratung über Bodenaktivierung macht. Wie gesagt, das ist in Europa dringend erforderlich, wenn Europa jetzt nicht sich weiter kaputt machen lassen will. Der Wandel kann im Moment nur von den Menschen selber kommen, von den Bauern und auch von Menschen, die den guten Betrieben dann auch die gute Ware mit höherer Nährstoffdichte abkaufen. Das passiert zum Glück immer mehr. Leider ist die Biolandwirtschaft da auch noch nicht so richtig auf der Höhe, weil auch da sind halt oft Mängel an Spurenelementen und es wird weiter gepflügt und da kann man nicht auf den grünen Zweig kommen. Jetzt gibt es ein spannendes Ding und da zeige ich mal jetzt hier auf Nordamerika. Das war über lange Zeit weltweit führend in Bodenzerstörung und ist jetzt aber, wie man an den vielen grünen Punkten hier sieht, grün heißt moderate Verbesserung. Rot heißt hoher Grad an Bodendegradierung. Und in Nordamerika ist die regenerative Landwirtschaft 20, 25 Jahre weiter und damit hat man jetzt ganz ganz viele Böden wieder hergestellt. Den Betrieben geht es gut, die haben wieder mehr Einkommen, weil sie viel geringere Ausgaben haben bei gleicher oder langfristig auch deutlich steigender Produktivität, bei höherer Qualität der Produkte. Und das ist halt etwas, was halt ein sehr überzeugendes Modell ist und was jetzt in Deutschland auch zum Glück immer mehr gemacht ist. Lustig ist auch hier Sub-Sahara-Afrika. Also die Vorurteile und das, was wir alles so denken, ist ein bisschen primitiv, weil wenn man sich das anguckt, da wird vieles besser. Not macht erfinderisch. Und jetzt sollten wir mal sehen, dass wir unsere Hausaufgaben machen und auch hier Europa ja einfach mit besseren Böden zukunftstauglich machen und den Verlust der geistigen Schärfe ändern, indem die Nahrungsqualität wieder besser wird. Höhere Nährstoffdichte, das kann man mit BRICS messen, da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Und so haben wir eigentlich alle Chancen. Und ich finde, Not macht erfinderisch ist einfach ein bisschen doof, weil man kann ja auch bevor die Not kommt erfinderisch werden. Und das ist jetzt ein Aufruf. Und ich weiß, dass viele schon dabei sind und die Politik will offenbar nicht. Die macht Bürokratie, die den Bauern im Grunde ja die Existenz schwer macht. Und einige Betriebe, ich weiß von Betrieben, die haben aufgegeben wegen Bürokratie, weil das einfach keinen Spaß mehr macht. Das kann man nicht mehr mitmachen. Die Berater selber kommen teilweise auf die Höfe und sagen, ja sorry, ich weiß, was ich hier fordere, ist Unsinn, aber ich muss es machen. Mit so einer Einstellung kommen wir nicht weiter. Leute, steigt da aus, aus diesem Unsinn, aber verabredet euch mit anderen. Wenn einer das nur macht, geht es nicht weiter. Da sollte man über Verbandsarbeit einfach einfordern, diese absurde Bürokratie einzuschränken. Es gibt auch sinnvolle Sachen und wenn man sich darauf beschränkt, ist die Bürokratie viel kleiner, billiger und allen geht es besser. Und da ist halt einfach die Sache jetzt, die Verbesserung der Böden, löst eigentlich die ganz großen ökologischen Fragen. Das ist genau, das ist da auch das Wetter und Klima hängt an gesunden Böden. Bei gesunden Böden haben wir genügend Wasserneubildung, wir haben Wolkenbildung, Verdunstung, Kondensation, was halt wirklich der wesentliche Teil vom ausgeglichenen Wetter und langfristig dann des Klimas ist. Und auch das Nebenthema Kohlenstoffdioxid, es könnte sogar eine Verknappung geben, wenn überall die Böden schnell verbessert werden. Und das wäre auch gefährlich. Und insofern, ja, man braucht jetzt nicht einfach nur zu sehen, wo kann man ja Lobbygruppen glücklich machen, indem man da absurdeste Investitionen im Namen der Umwelt macht, die aber dann die Umwelt oft auch schädigen. Und da kann man halt einfach sagen hier, wenn die Landwirtschaft weiterhin so vernachlässigt wird, dann kann man einfach ganz klar sagen, da fehlt es an Rückgrat. Das Wissen ist da, das weiß ich. Es gibt Menschen, die auch regenerative Landwirtschaft auf höchster Regierungsebene mit propagieren. Es fällt auf taube Ohren, weil es gibt viele, viele Interessen. Und nochmal, die Agrochemie umlenken, nicht zerstören, sondern halt die halt dazu bringen, mit den Menschen, für die Menschen, für die Bodenbelebung zu arbeiten. Und das ist weiterhin auskömmlich für diese Industrie. Da braucht man sich jetzt heute gar keinen Ärger mehr einhandeln, was sich leider auch getan hat. Und das ist halt einfach auch was, was ja im Nachhinein nicht so viel Spaß macht. Also mir macht sehr viel mehr Spaß, diese vielen tollen Lösungen zu präsentieren. Und da kommt man dann wirklich mit weiter. So, jetzt nochmal kurz zum Abschluss. Neben diesem gestörten Stickstoffkreislauf, durch diese irren Mengen an wasserlöslichem Stickstoff, der produziert wird in riesigen Industriebetrieben, die gigantische Strommengen brauchen, nochmal, und das Grundwasser schwerst belasten, mit hohen Kosten für die Wasserwerke und für die Gesellschaft. Dazu gibt es noch einfach dieses Problem dieser Güllefluten. Auch hier wieder die industrielle Tierhaltung, die einfach diese gigantischen Grundwasserverseuchungen hervorruft, nicht akzeptabel ist. Und wenn man jetzt die Tiere immer passend zur Fläche ins Freie bringt, geht es den Tieren besser. Mit Portionsbeweidung kann man Humusaufbau machen. Hier mal ein Bild dazu von dem Bauern Adrian Rubi in der Schweiz, der es seit langem macht. Wunderbaren Humusaufbau durch die Tiere. Und diese Umstellung auf Tierhaltung in der Fläche, passend zu den Ackerflächen, ist halt auch dann eine Möglichkeit, gut Stickstoff ins System zu bringen. Weil, wie gesagt, es gibt Kulturen, die brauchen auch viel Stickstoff und in organischer Form, wie jetzt von der Tierbeweidung, Portionsbeweidung, Tagesportionen, das wird dann richtig gut. Ja, nochmal ganz kurz zusammengefasst, der massive Einsatz von Stickstoffdünger, wasserlöslichem Stickstoffdünger ist schädlich für Mensch. Natur zerstört das Bodenleben, zerstört die Betriebe, weil die Produktivität irgendwann zusammenbricht durch kaputtes Bodenleben und zerstört halt die Qualität des Grundwassers und führt auch dazu, dass es immer weniger Wasserneubildung gibt, weil die Versiegelung der Flächen durch Bodenzerstörung ist die Riesenkatastrophe. Und es ist sehr leicht umkehrbar, regenerative Landwirtschaft, da habe ich viele Vorträge zu. Hier im YouTube-Video ist auch ein Vortrag, um das zu lernen, ein Überblick, wo man die Systeme kennenlernt. Ja, und um jetzt den Verlust an geistiger Schärfe aufzuhalten, sollten wir sehen, dass wir gute, nährstoffreiche Nahrung zu uns nehmen. Dieser Apfel ist auf einem Boden gewachsen, der gutes Bodenleben hat, wo ich genug Holziges reingebracht habe, so dass wir die Bodenpilze auch haben. Und das ist halt etwas, wo man dann wirklich eine super Qualität kriegt. Danke fürs Zuhören! 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 Vielen Dank.